Wir sind jetzt auf dem Weg zur Buchmesse. Mein Ding ist noch nicht lackiert, aber das macht nichts. Mein Zeichen ist schon drauf. Wir sind ein bisschen später los, als wir eigentlich wollten, weil wir verschlafen haben. Ich hoffe, es wird cool. Auf der Buchmesse werden wir noch ein paar Freundinnen und Schwestern mit einer Freundin treffen. Ich hoffe, dass wir wieder neue tolle Leute kennenlernen werden. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Freundinnen und Schwestern mit einer Freundin haben. Ich hoffe, es wird gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018